Halli, Hallöchan und Willkommen zurück zu Bioshock Endfindet, was mir das jetzt richtig gut gefällt. Ich habe das glaube ich schon tausendmal gesagt, aber mir macht das Spiel einfach so dick Spaß. Oh, selbst. Dann haben wir mal hier zack, 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 alles genommen, alles genommen, alles genommen, alles genommen, ist aber alles genommen und weiter geht's. Boah, Alter, was für Raben. Huch, ja. Mach du nicht noch einmal, Herr Teufel, bitte. Eieieiei. Ja. Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Das klingt so einfach. Das klingt so einfach. Press to summon murderous crows. Fold and release to create a nest trap. Ah, yeah. Wah, Iieieiei. Alter, das geht ab wie Luzi, das Zeug. So was will ich auch haben. Der falsche Hirte, dieser Anarchist, ist entweder ein zwergenhafter Molatte, oder ein einäugiger Franzose. Nicht größer als 1,42. Ich bin 43. Von der Station aus komme ich bestimmt nach Monument Island. Mal schauen. Okay. Okay. Was war das denn? Uuuuuh, so. Ab und zu ruckelt der mal kurz. Das ist grauenhaft. Weil es kommt einfach nur durchs Aufnehmen, denke ich mal. Und schlanke. Seine Augen standen nicht zu eng zusammen. Hm, nicht Augen. Blau. Nein, grün. Ich weiß nicht mehr. Seine Augen waren größer. Er schielt. Okay, Miss. Erinnern Sie sich an die Haarfarbe? Es war, ähm, rot und lockig. Er sah aus wie ein Irre, fand ich. Ja, genau so. Okay, und wie war er so? Ohohoho, er war ganz sicher ein Anarchist. Die erkennt man überall, wissen Sie? Ja, ich weiß. Das ist sehr ähnlich. Krass. Noch einer? Kurz zum Prozess. Sie hatte nichts. So sehe ich nicht aus. Hoppa. Dö, dö, dö. Jetzt ist hier gar nichts. Schade. Gut, dann gehen wir wieder raus. Es geht ja noch weiter zu dieser Station. Äh, da da. Hm, 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 hm. Hm. Ah, geil. Spider-Man. Hey. Wer ist da? Ich bin da. Wer ist da? Frohe. Mann, die brauchen wir dringend Euro. Da drüben wird gefeiert, hier wird gefightet. Da war noch was. Wenn wir gesund sind, sind wir? What the hell? Gibt's was sonst nicht bei mir. Bereich verlassen. Hm. Ah, ich muss jetzt noch rindern. Hm. Monument Island. Ach ja. Ich finde eine Gündel nach Monument Island. Da ist Glas, habe ich gerade gesehen. Ja, hier gibt's wieder Kino. Äh. Hm. Ein Riss in ein Raum-Zeit-Kontinuum. Pfff. Ah, zu wenig Salz. Was? Zu wenig Salz? Und was für Salz? Ah, Salz. So. Zack. Nein. 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 Alter. Ah. Ah. Nochmal. Keine Munition. Zack. Zack. Komm. Ha. Alter. Halleluja. Ja. Bah. Ich bin nervös. Aber du hast mich hier. Echt schwer zu treffen. Boah, okay. Ich muss ja auch erstmal ins Spiel reinkommen. Das kennt man ja. Erstmal die Spielweise verstehen. Oh. Ich krieg gern Medikit tätig. Nichts. Na gut. Die Skylines, ha? Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Zugfahren. Yeah. Gell, man kann doch fast stehen bleiben. Hüttet uns, Wolfgang. Es ist eine Gefahr. Eine Bedrohung. Der falsche Hirte. Der ist in Kolumbia. Voller Hass, Hassi und Adlist. Wie alle seines Schlags im Sodom unter uns. Er sucht das Land. Und eilt zu seinem Turm. In diesem Moment. Er wird höhlt es im Schild. Hebel ziehen ist gut. Sollen wir jetzt hier weiter, oder wie? Boah. Huuu. Halt. Was ist das denn? Was ist das denn dauernd für ein Geschrei? Irgendwie. Zack. Okay, so. Zack, und wieder zurück. Und der nächste. Eiei, ei, ei. Bleibt da unten. Und weiter geht's. Töte zurück! Töte zurück! Der Prophet. Ich weiß, was du hier willst. Du bist, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wundet nie. Die Pinkertons. Alkohol. Alkohol. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum diese Männer für mich sterben. Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt sie nach Kolumbia, Bukka? Bringen sie uns die Kleine und tilgen sie die Schuld. Das führt zu Blutvergießen, die Wind. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist rum und entfahrt gewunden. Du kriegst mich nicht. Geh zurück in das Showdorf, aus dem du kamst. Du kriegst mich nicht. Geh zurück! Niemals. Ich werde mir das Mädchen treiben. Ach du Scheiße. Hey, da. Der Haken. Der Haken will es mich verarschen? Zack. Und tschüss. Hm? Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Oh, das ist... Ich denke... Da? Hier vielleicht? Oh. Guten Tag. Hallo? Keine Sorge. Ich tu dir schon nichts. Nee, hier nicht. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Hm. Nein. Himmel! Fuck. Fuck. Ernsthaft. Oh, ich brauche jetzt mal dringend ein Medi-Fest. Ganz dringend. Nein, 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 nein. Da, genau. Gesundheit 80%. So, voll. Salz, Kuchen, Marzonne. Und schön, Moni. So, los geht's. Bereich verlassen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ich mache da mal eine Aufnahmepause. Ah, denn ich muss noch rennen dann. Und ich freue mich schon dann aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Bioshock Infinite. Da kommt ja noch Deponia, muss ich hier auch noch machen. Eieieieiei, das ist der Stress, Leute, das sag ich euch. So, gut. Wir sehen uns dann. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.